Musikvideodreh Ich hab hier voll den Pickel Zuerst haben wir die Performance-Stats in einem Lost Place gedreht, wo wir natürlich nicht eingebrochen sind Aber ich bin dann erstmal durch den Wohnwagen gebrochen Danach ging es noch zu einer weiteren Location und dann kam auch schon Nathan Nathan konnte wirklich skaten und ich als Profi-Skaterin hab das natürlich auch alles nur extra schlecht gespielt Während des Drehs haben wir uns dann noch auf ein Bier mit Freunden getroffen